Wir beginnen mit einem starken Low-Poly-Kopf, das ist im Grunde ein Cube, den ich mit einem Subdivision-Surface oder einer Multi-Resolution rund gemacht habe, danach nach unten gezogen und nur noch ein bisschen extrudiert an der unteren Stelle für den Hals und dann in Form gebracht. Der zweite Step bei uns wird die grobe Ausmodellierung, das bedeutet hier wird einfach nochmal ein Modifier etwas angehoben, egal ob der Multi-Resolution oder der Subdivision-Surface und danach ein Apply gesetzt und wir können hier unseren Character anfangen zu sculpten, zumindest eine grobe Form. Bei dieser Form sind verschiedene Dinge entscheidend, als erstes ist es wichtig, dass wir diese Kante für das Kinn und den Kiefer bekommen. Dann müssen wir uns darüber klar werden, dass wir unsere Augenhöhlen benötigen und hier vorne können wir das noch flach lassen. Im zweiten Schritt gehen wir etwas weiter, hier haben wir schon etwas mehr Details, wir können hier schon ungefähr erahnen, wo die Reise hingeht, wir haben hier einen Knochen fürs Jochbein, die Augenhöhle, wir gehen hier lang, das sind unsere Kernelemente. Und diese Formen hier haben einen extremen Einfluss auf den Charakter von unserem Gesicht. Denn umso eher ein starker Knochenbau ausgeprägt ist, umso maskuliner wirkt das Ganze, also auch dieser Knochenbau, wenn der stark vorsteht, gerade an den Wangenknochen, das sind Knochen, die besonders bei den männlichen Charakters sehr stark hervortreten. Und umso mehr hier ein einfallender Winkel ist, umso mehr haben wir fehlendes Fettgewebe und wir können hier sozusagen nur noch die Muskeln abbilden. Im nächsten Step sehen wir, dass wir schon die ersten starken Formen haben. Unser Kiefer ist noch ein bisschen ausgeprägter, wir haben hier unsere Linie, wir haben hier vorne die Schläfe, unser Muskulaturpaket für die Augenbraue ist hier oben angesetzt, unser Jochbein ist stark sichtbar, wir haben hier jetzt das erste Grübchen hier unten oder zumindest die erste Anzeichnung der Muskulatur auf dieser Stelle, wir haben auch von der Seite hier eine klare Kante, hier oben ist schon ein Stück der Muskulatur für das Zusammenziehen der Augenbrauen, unsere Augenhöhle ist hier schon gefüllt, hier haben wir schon unser Auge so weit drinnen, dass wir es weiter verfeinern können, wenn wir mehr Mesh zur Verfügung haben und unsere Nase ist bereits komplett mit Löchern versehen und gleichzeitig hier schon eine scharfe Kante. Und hier habe ich jetzt schon angefangen das Ohr zu modellieren. Das lässt sich auch später noch einfügen. Wenn ihr sagt, gut, das Ohr ist mir zu kompliziert und es ist auch nicht ganz einfach, dann kann man das genauso gut im Nachhinein nochmal einsetzen. Hier geht es jetzt erstmal um die Formfindung der Phasen, wie unsere Anatomie aufgebaut ist. Hier hinten sehen wir schon diese typische Delle und im nächsten Schritt gehen wir dann an die Details. Hier haben wir jetzt unser Ohr richtig schön ausmodelliert, alles ist nochmal durchgesmoothed. Wir haben hier wieder unsere typische Linie, die wir vorher schon angezeichnet haben. Hier haben wir unsere Stirnmuskulatur, unsere Augenhöhle ist hier nochmal ausgeprägter. Hier haben wir sogar einen leichten Mundbereich abgesetzt. So könnt ihr euch dann ungefähr vorstellen, wie ihr arbeiten müsst, dass ihr in diese Richtung kommt. Bei den Lippen traut euch auch bei männlichen Lippen richtig Schwung reinzubringen. Richtig Schwung. Also die dürfen ruhig auf den ersten Blick sehr, sehr weiblich wirken, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also richtig rein und vor allem keine flachen Lippen. Die dürfen richtig rausgehen. Wir starten ganz normal mit einem Cube. Den werden wir jetzt erstmal mit einem Multi-Resolution-Modifier belegen. Zweimal subdividen. Und danach einen Apply drauf machen. Wir gehen in den Sculpt-Mode, um den ganzen in eine menschliche Form zu bringen. Ganz wichtig ist natürlich den Mirror auf der X-Achse anschalten. Dann ziehen wir das Ganze in die Länge. Im nächsten Schritt werden wir hier unten extrudieren. Danach zwei Cuts. Und zurück in den Sculpt-Mode. Mit Glätten den Hals etwas schlanker machen. Danach die Kopfform etwas flacher. Mit dem Ergebnis können wir auf jeden Fall arbeiten und gehen über in den nächsten Schritt. Unser jetziges Ziel ist ein Kopf, der ungefähr diese Form hat. Das bedeutet, wir werden hier schon den Kiefer ausarbeiten, die Augenhöhlen einsetzen und das Ganze mit einem feineren Mesh belegen. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Wir fügen wieder zwei Multi-Resolution drauf. Zurück im Sculpt-Mode werden wir jetzt erstmal die normale Form nochmal etwas unterstreichen von unserem Charakter. Einfach mit dem Grabbrush. Noch ein paar Formen setzen. Noch mal diese Linie hier ein bisschen verstärken. Jetzt gleichen wir uns einfach ein klein bisschen an diese menschliche Form an. Mit dem Drawbrush und einer etwas kleineren Stärke fangen wir jetzt an, diese Augenhöhlen zu bauen. Stellungstaste gedrückt halten. Damit wir ungefähr ein Gefühl dafür bekommen. Ziehen den Kopf jetzt noch ein bisschen nach oben. Der ist noch ein bisschen zu rund gewesen. Arbeiten wir jetzt mal die ganz groben Formen raus. Wichtig ist hier die Linie nach unten. Hier ist Knochen. Hier ist Knochen. Da unten ist ein Knochen. Hier ist nichts. Dann haben wir jetzt noch in der gesamten Form hier ein bisschen was nachzuarbeiten. Ungefähr so. Schauen wir uns den mal von allen Seiten an, ob der ungefähr so passt. Wenn wir mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden sind, können wir auch schon anfangen, Augen reinzusetzen. Die helfen uns einfach später bei der Orientierung. Das heißt, wir holen uns einfach eine UV-Sphere. Machen die erheblich kleiner. Gleich mal ein Shade Smooth drauf. Setzen wir uns ins Auge. Das ist für den Anfang völlig in Ordnung. Damit können wir bereits arbeiten. Wir haben hier schon unseren Kiefer. Wir haben unsere grobe Kopfform. Wir haben unsere Augen im einigermaßen richtigen Abstand. Das lässt sich alles im Nachhinein noch verändern. Überhaupt kein Problem. Wir haben hier schon mal unsere Totenkopf-Form grob ausgearbeitet. Das bedeutet, die groben Knochenstrukturen passen erstmal. Das kann noch ein bisschen stärker machen. Versucht einfach, möglichst viele Details bereits mit geringer Polyzahl zu lösen. Umso mehr ihr in einem groben Mesh macht, umso leichter tut ihr euch. Denn umso feiner es wird, umso schwieriger fallen euch später Änderungen am Mesh. Gut. Damit starten wir in die nächste Phase. Im nächsten Step versuchen wir ungefähr diese Form nachzubilden. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Form eures Gesichtes komplett egal ist. Es geht darum, dass ihr den Workflow lernt. Dass ihr die Schritte nacheinander, die Detailstufen, die möglich sind, mit einem bestimmten Mesh, dass ihr die verinnerlicht. Es ist also völlig egal, ob ihr einen männlichen oder einen weiblichen Charakter baut oder ob ihr vielleicht einen ganz anderen baut. Es geht um die Steps. Von daher, haltet euch nicht zu sehr an den einzelnen Formen auf. Versucht erstmal, Übung zu bekommen. Seid nicht zu kritisch zu euch. Euer erstes Modell wird nicht so aussehen, wie das, das ihr in einem Monat bauen werdet, wenn ihr dran bleibt. Und wieder einen Monat später wird euer Modell unfassbar viel besser aussehen. Das Ganze braucht sehr viel Übung, denn euer Auge muss geschult werden. Ihr müsst einen Sinn für die Anatomie bekommen. Und ihr werdet jedes Mal besser. Als erstes müssen wir uns darum kümmern, dass wir mehr Mesh bekommen. Mit dieser Detailstufe kommen wir nicht weiter. Das bedeutet, einen weiteren Sub-Divide drauf und jetzt erstmal die neuen Details einbauen. Zurück in den Skype-Mode und wir bewegen uns diesmal wieder mit dem Grab-Brush. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen um die Nase kümmern. Das bedeutet, wir ziehen dieses Mesh ein kleines bisschen nach unten und gucken, dass wir hier ein bisschen eine Form reinbekommen. Ungefähr so. Ein bisschen kleiner damit. Genau. Die Stirn hier darf ruhig ein kleines Stück raus. Das bedeutet, hier ziehen wir jetzt unsere Stirn hinaus. Unser Auge ist hier noch ein bisschen weit nach vorne. Das heißt, die Augenhöhle noch ein Stück nach hinten, dass wir diesen Knochen mehr bekommen. Hier haben wir noch ein bisschen Substanz. Hier müssen wir noch ein bisschen raus. Und wir beginnen jetzt langsam damit, unseren Kiefer hier unten noch etwas auszuarbeiten. Das heißt, wir gehen hier etwas mehr in die Details. Wir haben hier eine runde Form. Das hier ist keine harte Kante, sondern eher eine geschwungene Form. Die geht hier über. Hier können wir auch mit dem Smoothing noch ein bisschen arbeiten. Hier geht es ein bisschen rein. Hier haben wir wieder ein bisschen Knochen. Das heißt, hier noch ein Stück raus. Und immer darauf achten, dass ihr nicht die Symmetrie verhaut. Ganz wichtig. Achtet immer darauf. Speichert auch Zwischenschritte. Wir schauen jetzt mal, wo unser Ohr anfängt. Das Ohrläppchen ist immer hier an der Kante, knapp unter der Nase. Gehen hier ein Stück nach hinten. Wir müssen uns jetzt erstmal orientieren. Das Ohrläppchen geht normalerweise nicht über diese Kante hinweg. Das heißt, wir haben hier unser Ohr. Wir haben hier noch eine etwas stärkere Wulst auf dem Auge. Jetzt können wir hier schon mal beginnen. Unser Wangenknochen ist schon mal einigermaßen in Ordnung. Unser Kinn ist hier noch ein bisschen stark. Das werden wir hier noch ein bisschen reduzieren. So ungefähr. Schaut euch immer diese fließende Kante an, wie die ungefähr aussieht. Wir können jetzt mit dem Grabbrush die Augenhöhle noch etwas runder machen. Die ist ja trotzdem einigermaßen rund. Hier wollen wir noch ein bisschen glatter werden. Ungefähr so. Wir sollten eure Quartz wie hier eine extreme Längsrichtung ansetzen. Dann können wir immer noch zurück in den Edit-Modus und hier noch ein paar mehr von diesen Vertikalen einbauen. Und dann glätten wir das Ganze wieder. Darum ist es wichtig, dass wir bei einer geringen Polyzahl arbeiten. Hätten wir jetzt schon mehr Details drin und würden hier jetzt noch verschiedene von den Loop Cuts einsetzen, dann verlieren wir eine unglaubliche Menge an Details. Darum ist es wichtig, dass wir diese Sachen noch bei geringer Auslastung von unserem Mesh haben, während wir noch nicht viele Formen bereits etabliert haben. Immer wieder auch die Kopfform. Hier haben wir jetzt ein starkes Ei. Immer wieder betrachten, gucken, ob das passt, ob wir hier die richtigen Proportionen haben und ansonsten einfach nochmal anpassen. Wie ihr seht, ich verwende fast ausschließlich den Grabbrush. Ihr könnt natürlich mit einem Zeichentablet arbeiten. Hier könnt ihr noch viel rausholen. Das ist oft angenehmer für einige, mit dem Zeichentablet zu arbeiten. Viele machen das gerne, aber es ist nicht nötig. Es klappt genauso. Ich werde das komplette Tutorial ausschließlich mit der Maus arbeiten. Von daher wisst ihr, es ist auch so möglich, zumindest auf dem Level, dem ich arbeite. Macht euch da also keine Gedanken. Ihr müsst kein Geld investieren. Wir haben auch jetzt schon die Möglichkeit, unsere Linie hier ein bisschen zu betonen. Das hier ist ja unser Bankknochen und der geht hier über. Den müssen wir schon ein kleines bisschen betonen. Das ist ganz wichtig, damit wir die Orientierung haben für die Proportionen. Später lässt sich das Ganze natürlich ganz, ganz einfach wieder rückgängig machen bzw. nochmal anpassen. Wir müssen aber erstmal eine gewisse Form hier reinbringen. Mit den Nasenlöchern würde ich jetzt noch nicht beginnen. Die lassen sich auch bei einer Detailstufe höher noch gut einarbeiten. Wir wollen keine absolut eingefallenen Wangen. Das hier sind alles relativ weiche Kurven. Wir haben fast überall weiche Kurven. Von daher müssen wir auch darauf achten, dass wir nicht zu kantig werden. Wir sind jetzt so weit, dass wir mit der nächsten Phase beginnen können. Mehr Details wollen wir aus diesem Mesh jetzt nicht rausziehen. Falls ihr Abweichungen davon habt, ist es völlig in Ordnung. Bedenkt aber, ganz grobe Änderungen, wie zum Beispiel ein Fehler, der mir gerade auffällt, lassen sich jetzt leichter erledigen und später mit Sicherheit nur schwerer. Im nächsten Step haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Wir möchten nämlich von dieser Form auf die hier kommen. Ich zeige euch die wichtigsten Steps, die dafür nötig sind. Wir werden uns jetzt mit einem neuen Subdivide noch mehr Mesh holen. Als nächstes gehen wir in den Sculpt-Mode und beginnen einfach mal mit den Augenbrauen. Die haben einen erheblichen Einfluss auf den Blick und vor allem auf die Augenhöhle von unserem Charakter. Die Augenbrauen werden relativ breit rausgehen. So schaut es auch aus. Das liegt vor allem daran, dass wir einen sehr starken Knochenbau um die Augenhöhle herum haben. Das Jochbein sowie den Übergang runter zur Zahnleiste, zur oberen, ist extrem wichtig in der Knochenstruktur. Immer wieder müssen wir den Blick abwenden von unserem Modell und uns darauf konzentrieren, wie wir uns gerade mit unseren Proportionen bewegen. Mit dem Draw Pencil können wir hier noch Knochenstrukturen verstärken und sie im Nachhinein mit dem Smooth Brush wieder glätten. Unsere Augäpfel waren nicht in der richtigen Position, die müssen wir jetzt nochmal anpassen. Und dann natürlich das Hautgewebe über den Augapfel ziehen. So können wir schon mal das untere und das obere Augenlid ein wenig in die richtige Richtung rücken. Das verändert auch den Blick unseres Charakters extrem. Es macht ihn sehr viel menschlicher und weniger abstrakt. Die Nase hier wird nochmal weiter ausgearbeitet und wir fügen hier mit dem Draw Pencil mehr Material hinzu. Beachte auch, dass die äußeren Nasenflügel nach innen gerichtet sind und dort in der Mitte verwachsen sind. Der Steg ist meistens weiter unten als die Nasenflügelansatzstellen und von daher müssen wir den im Nachhinein nochmal verstärken. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Nasenlöcher einzusetzen und natürlich noch, um kleinere Korrekturen zu machen. Auch die Wangenknochenlinie muss nochmal nachgearbeitet werden. So ist das ein fließender Prozess. Jedes Mal, wenn wir etwas verändern, verändert sich das komplette Bild. Mit dem Draw Pencil können wir die Lippen ansetzen und jetzt erstmal grob Material auftragen. Hier kann man nicht allzu viel falsch machen, wir werden noch extrem viel verändern. Ihr seht, wie uns hier die Polygone ausgehen. Das bedeutet, wir müssen bald ein Remesh machen. Dazu kommen wir später. Als nächstes gehen wir in den Object Mode und wenden unseren aktuellen Modifier an. Somit ist unser Mesh fix und wir können ein Remesh Modifier hinzufügen. Wir gehen auf Smooth und setzen den Wert auf 8. Dann nebenklicken, sehen, ob alles zufriedenstellend ist und dann den Modifier ableihen. Jetzt wurde unser komplettes Mesh neu generiert. Wir haben zwar die gleiche Form, aber wir haben eine andere Verteilung und eine andere Menge an Polygonen zur Verfügung, um weiter zu sculpten. Jetzt glätten wir erstmal die besonders kantigen Stellen an den Lippen und können jetzt anfangen, die Lippen weiter zu modellieren. Mit dem Grease Pencil können wir auch zwischen den Lippen einen schmalen Grat erschaffen und dann mit dem Smooth Brush und dem Grab Brush nochmal die Form nachziehen. Achtet auch darauf, dass die Lippen vorne eine rundliche Form haben und nicht zu kantig wirken. Bei der Nase können wir ebenfalls mit dem Grease Pencil die beiden Nasenflügel nochmal etwas ausarbeiten. Und hier können wir mit dem Draw Pencil die Wangenlinie nochmal etwas nachziehen, sowie die Muskulatur der Kiefer. Die Ohren können wir mit dem Draw Pencil nachziehen und somit mehr Polygone erschaffen. Auch hier werden uns im späteren Verlauf wieder die Polygone ausgehen. Das bedeutet, wir machen danach wieder einen Remesh und haben somit wieder genug Polygone zur Verfügung. Diesen Vorgang könnt ihr beliebig oft wiederholen, jedes Mal wenn ihr das Gefühl habt, euch reicht die aktuelle Polygonzahl nicht aus. Wenn euch das Mesh zu grob ist, könnt ihr auch statt der 8 eine 9 eintragen beim Remesh Modifier. Die Ohren sind mitunter das schwerste, was zu modellieren ist. Meiner Meinung nach hilft es am meisten, wenn wir uns eine Vorlage nehmen, ein Referenzbild und aufgrund dessen arbeiten. Am Anfang muss das Ohr nicht schön sein. Wir brauchen jetzt erstmal Material, das ungefähr in der richtigen Richtung ist. Und dann mit einem negativen Draw Brush, also der gehaltenen Steuerungstaste, machen wir den Bereich hinter dem Ohr frei. Das Ganze ist etwas grobschlechtig. Darum sind wir darauf angewiesen, dass wir einen niedrigen Polycount während der Bearbeitung haben. Ansonsten würde das Ganze nicht so sauber funktionieren. Danach immer wieder glätten, zurecht drücken, mit dem Grab Brush noch die Richtung etwas ändern und danach haben wir ein Ohr, mit dem wir im nächsten Schritt weitermachen können. Wir können auch die Form des Ohres immer weiter verändern, so falls es uns zu groß geworden oder zu klein geworden ist, wieder in die richtige Richtung schieben. Bei den Nasenflügeln trennen wir jetzt den Steg von den Nasenflügelansatzstellen und können nochmal das Nasenloch etwas vertiefen. Ein tiefes Nasenloch ist extrem wichtig für den Realismus, da man die untere Wand nicht sehen sollte. Die Augenlider können wir jetzt mit einem ganz feinen Draw Brush nochmal nachziehen. Und zwar erst das obere und dann das untere. Das untere ist untergeordnet und wird sich somit unter dem oberen einfinden. Wir können auch hier jetzt noch die Tränensäcke etwas nachzeichnen. Wichtig ist, sie haben einen extrem starken Charakterzug, eine große Auswirkung auf die Form und sollten danach geglättet werden. Die Augenlider können wir noch ein bisschen hin und her schieben, bis wir die gewünschte Form haben. Mit einem negativen Draw Brush können wir noch weiter die Form des Ohrenaußenrandes nachziehen und die verschiedenen Vertiefungen noch etwas betonen. Wir werden sehr, sehr lange an diesem Ohr herumzubbeln, bis es so aussieht, wie wir es wünschen. Ich experimentiere gern mit verschiedenen Formen des Nasenrückens. Selten sind die komplett gerade. Und auch der Übergang zwischen den Augenlidern und den Nasenseiten ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben jetzt den Nasenrücken etwas geglättet und möchten jetzt diesen Übergang von Nasenrücken zu Nasenflügel etwas glatter gestalten. Das nimmt dem Ganzen diese extrem imposante Form. Wir möchten einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck und versuchen daher, die Augenbrauen nicht anzuspannen. Jetzt könnt ihr euch schon mal zurücklehnen und erstmal einen Tag ins Land streichen lassen. Wichtig ist, dass ihr am nächsten Tag nochmal herkommt, nachdem ihr darüber geschlafen habt und mit einem frischen Blick auf euer Modell schaut. Ihr werdet Fehler feststellen, die euch vorher niemals aufgefallen werden. Nehmt euch Pausen beim Skalpen und am nächsten Tag arbeitet ihr weiter. Manchmal macht man es sonst nur schlimmer. Aber abseits von diesem sehr persönlichen Tipp, beglückwünsche ich euch zu eurem ersten modellierten Kopf. Wir haben jetzt eine Polygonanzahl bei mir von ungefähr 300.000 Trees und Blender hat eine Belastungsgrenze. Also je nach Rechner, aber so ziemlich bei 10 Millionen Trees fängt Blender an, Probleme zu machen. Da sind Programme wie ZBrush anders aufgestellt, die sind technisch ganz anders aufgestellt und die können mit sehr viel mehr Polygonen umgehen. In unserem Fall müssen wir aber darauf achten. Da wir einen gesamten Charakter bauen möchten, sind wir jetzt mit der Form erstmal zufrieden und können nun die anderen Körperteile modellieren. Am Ende fügen wir dann alles zusammen. Das geht einfacher, wenn unser Charakter nicht drei Millionen, sondern noch unter einer Million Trees hat. Das ist einfach auch besonders für ältere Rechner ein wichtiger Aspekt. Das bedeutet, wir werden ihn jetzt erstmal stehen lassen und im nächsten Teil kümmern wir uns um den Oberkörper.